Mallorca Opening 2019. Boom! Und wir sind schon wieder am Flughafen. Wir haben 6.45 Uhr. So sieht das dieses Jahr aus. Die VIP-Karte, das T-Shirt, der Strandbeutel. Und ich freue mich auf ein richtig friedlich, tolles Opening mit genau euch. Habt ganz viel Spaß und so geht es hier weiter. Liebe Freunde von Partyreise24, ich freue mich jetzt, denn jetzt beginnt gleich eine Stunde vier Zapfen. I love Mallorca! I love Mallorca! Prost zusammen, wir König! Doch wo wir sind, ist die Party nicht weit? Chica sieht chic aus, jeder geht steil! Boom! Boom! Ne Bälle am Deutschen! Boom! Boom! Die jede Woche! Boom! Boom! Das Ende hoffen! Boom! 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 Hier ist für euch Rick Arena beim großen Bierkönig Opening 2019 mit Partyreise24. Und die volle Party findet ihr in eurem Voucher-Heft. Und mit diesem Voucher grill ich heute einen. Egal ob Bratwurst oder Königwurst, kommt vorbei. Hier gibt es die längste Wurst und die beste. Denn jeder muss etwas glauben. Euer Rick! Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag? War ich drei, drei Tage wach? Oder einfach im Koma? Zum Opening Flightrat herzlichen Willkommen in den Bierkönig! Wir König, oh 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 oh! Mit Bittermanken, oh 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 oh! Wir König, oh oh oh! Mit Bittermanken, oh oh oh! Aber scheiße aus! Aber scheiße aus! Aber scheiße aus! Hallo ihr Lieben, hier ist Tobi mit Zaufi, Zaufi, Helikopter 107, Auer im Kopf und ganz, ganz viel mehr. Ich begrüße euch recht herzlich natürlich auch in diesem wunderschönen Video von Partyreisen24 zum Opening 2019. Letztes Mal aus dem Zimmer raus, heute halt ich's noch einmal aus, gerade noch im Bett, jetzt mittendrin, bei der Happy Hour bin ich der Kick. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, Ole Ole und Tschalala, aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, Ole Ole und Tschalala. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.